Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Ihr drei seid ja unglaublich niedlich. So flauschig und süß, einfach zum Kuscheln. Wo habt ihr denn eure Mama gelassen? Ich hab's schon verstanden. Eure Mama ist verloren gegangen. Bär! Wir müssen die Hasenmama für sie suchen. Wir sollten ein paar Plakate aufhängen. Nein, nicht mal ihre Mama könnte sie darauf erkennen. Wir müssen die Hasenmama für sie suchen. So, unsere Plakate sind fertig. Hey, Bär! Hier, vielleicht könntest du sie überall aufhängen. Und ich pass auf die Häschen auf. Ich bin das beste Kindermädchen überhaupt. Ihr werdet sehen. So, meine Kleinen. Und jetzt spielen wir was. Oh, was mache ich denn? Ach, draus! Ich hab euch nicht erlaubt hier, ohne mich zu spielen. Geht und wascht eure Pfoten. Gleich gibt's Essen. Hört auf damit! Dieser Unfug ist verboten! Aha! Seht ihr? Ihr solltet es genau wie Rosi machen. Bleibt schönartig hier sitzen. Ich hole euch was zu essen und bin gleich zurück. Jetzt reicht's aber, Häschen. Ihr habt Stubenerrest. Ab in die Haier. Und keine Widerrede. Ab in die Haier. Ab in die Haier. Ah! 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 Toll, das klingt super. Hör mal, sind meine kleinen Babys nicht sehr talentiert? Hurra, die Häschenmama ist da, weil ich die Plakate gemalt habe. Kommt uns bald mal wieder besuchen, dann trommeln wir wieder zusammen. Oh, hallo Jungs. Was ist mit euch los? Braucht ihr Hilfe? Ha, 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 ha. Da hat es sich versteckt, mein kleines Baby. Oh, du bist ja so quietschel-sauber. Oh, du bist ja so entzickend. Oh, du bist ein kleines Marzipanschweinchen. So geht es jeden Tag. Oh, du bist ja so geek. Ui, Schweinchen klein. Sieh mal, was hier vor unserer Tür abgestellt wurde. Oh, ich hab euch ja so lieb. Ihr seid bezaubernde Zwillinge. Meine neun Babys haben einen richtigen Wolfshunger. Sie verschlingen alles. Was habt ihr für einen gesunden Appetit? Hm, aber wo ist mein Schweinchen? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Wo ist mein Kindielein bloß hin? Hat es sich versteckt? Oh, ich suche es morgen früh mit frischer Kraft. Ah, 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 ah. Worte. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah! 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 Pfff! Ah! Das war's für heute. Das war's für heute. Ah! 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 Raus aus deinem Versteck und komm nach Hause! Habt ihr mein entzückendes Schweinebaby gesehen? Ah! 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 Das wird helfen! Jetzt kommst du zu deiner Mami gerannt! Ah! Ah! Ja! Ah! 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 Du bist Schweinchen? Nee. Mein Baby hat Zipfelöhrchen wie die Schleife. Und eine Stupsnase. Und wie siehst du aus? Beweis mir, dass du mein Baby bist. Aber warum hast du so riesige Ohren? Die sehen aus wie Suppenschüsseln. Und warum ist deine Nase so gigantisch? Die sieht aus wie eine Trompete. Weil du mal wieder nicht auf deine liebe Mami gehört hast. Geh und schäm dich. Du führst dich auf wie ein Elefant im Porzellanladen. Kinder großziehen ist nicht leicht. So, 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 so. Warum sind denn alle meine Videos verschwunden? Hm. Dann beginnen wir mal mit der Suche. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Vielleicht finde ich sie ja hier oben rechts. Das Mikrofon klicke ich jetzt an. Und sage Masha und der Bär ist dran. Das war einfach. Und jetzt probiert ihr es mal. 2, 3, 5, 6, 8, 1.